Wie die Amerikaner im letzten Jahrhundert der Erde so schmerzvoll erfuhren, ist der freie Informationsfluss der einzige Wächter gegen die Turanei. Die einst geketteten Menschen, deren Führer den Einfluss auf den Informationsfluss verloren, werden bald schon ein Aufblühen der Freiheit und Vitalität erleben. Die freie Nation jedoch, die sich gerade im Einfluss auf den öffentlichen Diskurs selber beschränkt, rutscht ab in die Despotie. Hütet euch vor denen, die euch den Informationszugang verweigern, denn in ihren Herzen träumen sie davon, euch zu beherrschen. Abgesandter Pravin Lal, Rechtserklärungen der UN